Sarah Engels, 29, sagt ihren Schwangerschaftsfunden den Kampf an. Vor wenigen Wochen wurde die Sängerin zum zweiten Mal Mutter. Bereits während der Schwangerschaft ging die Musikerin immer offen mit ihrem Gewicht um und teilte ihren Fans mit, ob und wie viel sie zugenommen hatte. Doch jetzt möchte Sarah ihre Figur wieder in Form bringen und gibt ihren Followern ein ehrliches After-Baby-Body-Update. Ich wollte mich heute das erste Mal wieder wiegen. Ich habe mich nur kurz nach der Geburt einmal gewogen, berichtete die 29-Jährige in ihrer Instagram-Story. Vor der Entbindung habe die Influencerin um die 68 Kilo gewogen, kurz danach seien es noch 63 gewesen. Jetzt habe ich 60,7 Kilo, verriet Sarah. Sie wiege derzeit noch 8 Kilo mehr als vor der Schwangerschaft, teilte sie mit. Ich halte zur Zeit aber auch keine Diät, und das Stillen macht auch sehr hungrig, erzählte die zweifache Mutter. Sie wolle nun wieder mit Sport beginnen und an der Rückbildung arbeiten. Vergangene Woche erzählte die Love is Love-Interpretin ihren Fans auf Instagram, dass ihr Ehring nun wieder passt. Die Wassereinlagerungen, die sie von der Schwangerschaft hatte, seien fast komplett verschwunden. Bin so happy und fühle mich endlich wieder komplett, freute sich Sarah. Bis zum nächsten Mal.